Der Schlüssel zum Seeg ist darin, sich an die Bedeutschung der Schlacht zu ändern, die richtige Methode der Kriegsführung anzuwenden und unaufhaltsamen Elan zu zeigen. Mit einem unaufhaltsamen Elan mit Njaga zusammen mit den Kameraden können wir unbesiegbar sein. Goro, der große General des Widerstands auf der Insel Wadatsumi, ist gekommen, um zu helfen. Formation Folg mir Vielen Dank für die Beratung. Hier ist ein Sieg, der dir und mir gemeinsam gehört. Vielen Dank für die Beratung. Vielen Dank für die Beratung.